Ihr habt mich immer wieder gefragt, Modellbauer, wie machst du deinen Countdown in den Streams? Und ich zeige euch das heute natürlich. Wichtig ist, dieses Programm, das wir heute runterladen, müsst ihr jedes Mal offen haben, wenn ihr einen Countdown sehen möchtet. Ihr braucht dafür das Programm Snuts. Genau, die Version ist relativ egal. Snuts ist eigentlich eben das Countdown-Programm, wo man eigentlich so eine spezielle, einfach einen Countdown ins OBS einfügen kann. Hier könnt ihr auf den Link klicken, dann kommt ihr zu dieser Seite hier, wo ihr dann auf das Snuts Setup klicken könnt. Und dann wird das euch hier runtergeladen. Ich habe das jetzt schon runtergeladen und zeige euch das auch, wie das aussieht. So, ihr bestätigt das, ihr seht es wahrscheinlich gar noch nicht. Dann einfach weiter, weiter, hier sagen, wo ihr es hinhaben wollt. Und dann einfach immer weiter und weiter. Da sind eigentlich keine Schritte zu beachten, wo ihr etwas beeinflussen könnt. Und ich breche das natürlich wieder ab, denn ich habe das schon. Und zwar habe ich das hier drauf. Das sieht dann so aus, wenn ihr das runtergeladen habt. Hoppala. So, genau. Hier könnt ihr einfach... Das ist eigentlich alles uninteressant für euch, wie hier. Interessant wird es eigentlich erst ab hier. Dann, hier müsst ihr jedes Mal das Datum ändern, die Uhrzeit und noch weiteres. Dann könnt ihr hier unten eingeben, was nach dem Stream oder nach dem Countdown, wenn der Countdown abgelaufen ist, eingeben. Also, was er dann sagen soll. Kann ich grösser ziehen, nee. Genau. Dann, eben hier müsst ihr immer das Datum eingeben und hier unten einfach auf Start drücken. Jetzt zählt er hier die Zeit drunter. So. Um jetzt den Text, also den Countdown, den sieht man ja jetzt nur hier. Um den jetzt ins OBS einfügen zu können, müsst ihr diesen Link, das Textpfeil Countdown, einmal kopieren. Und hier einen Text machen und dann hier einfach irgendwas eingeben. Und dann aus Datei lesen machen, durchsuchen und den hier unten eingeben. Und schon habt ihr euren Timer, den ihr jetzt halt so reinziehen könnt, wie ihr wollt. Wichtig ist, dieses Programm muss immer offen sein. Ich habe es am Anfang auch schon gesagt, kurz. Denn, wenn ich das jetzt schließen würde, würde der Countdown stehen bleiben. Genau. Also, ganz wichtig, immer offen haben, wenn der Countdown läuft. Später, wenn der Countdown denn nicht mehr läuft oder ihr dann halt aufs Spiel umgeschalten habt, könnt ihr ihn dann auch ruhig schließen, wenn es euch nervt. Ihr müsst den ja natürlich auch nicht offen haben, denn ihr seht ja auf dem OBS eurer, also, ihr seht ja dann auf dem OBS den Timer und wisst auch, wenn ihr anfangen müsst. Das war es dann auch schon mit dem Tutorial. Ich bedanke mich fürs Zusehen und jetzt wisst ihr auch, wie ich meinen Countdown mache und könnt es natürlich dann auch bei euch anwenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst doch ein Abo da, um kein Video mehr von mir zu verpassen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.